Ich bin Europäerin. Natürlich kann ich in 27 Ländern reisen ohne Reisepass. Ich bin Europäer. Natürlich kann ich bald alle meine Geräte mit demselben Stecker laden. Ich bin Europäerin. Natürlich war mein Erasmus ja das Beste überhaupt. Ich bin Europäer. Natürlich kann ich im Urlaub bezahlen, ohne Geld zu wechseln. Ich bin Europäerin. Natürlich bin ich innerhalb der EU krankenversichert. Wir sind Europäer. Und wir stehen zur EU. Natürlich wählen wir am 9. Juni bei der Europawahl CDU.